so und damit willkommen zu einem neuen video von linux windows und mac hilfe ich hoffe euch allen geht es gut ihr seid gut in die neue woche wochenende und so weiter gestartet je nachdem wann ihr dieses video seht die linux videos kommen mir sehr gut an bei euch und ihr findet es richtig toll was ich mache das sehe ich einen daumen nach oben und auch an eurem feedback deswegen wird direkt weitergemacht und zwar geht es heute um magia 9 das ist quasi der mandriva fork kann man eigentlich sagen schlechthin der nicht nur auch aus frankreich kommt sondern auch natürlich eine ganze 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 große community hat von mehreren hundert entwicklern die freiwillig das ganze machen es ist ja auch eine non profit organisation und von daher ziemlich coole sache so wir sehen hier magia 9 so sieht die homepage aus relativ unspektakulär es gibt zwei verschiedene versionen von magia 9 wenn ich auf jetzt herunterladen klicke kann man kann ich hier auswählen die netzwerkinstallationen live medien um mir das ganze mal so ein bisschen anzuschauen wenn ich das ganze denn möchte oder natürlich die klassische installationsmedien wo ich das ganze direkt installieren kann ohne das noch vorher zu testen wie gesagt wenn ich das ganze testen möchte dann kann ich mir hier die entsprechenden live medien hier entsprechend sie die herunterladen plasma und genau gibt es nur als 64 bit xfc gibt würde es auch sehen hier als 32 mit geben man könnte es sogar auch über den bittorrent runterladen oder halt über eben über die direct link je nachdem was man bevorzugt bittorrent hat hat den vorteil dass es nicht so auf die server kapazität geht aber das muss ich ja selber wissen wie er das macht wir gehen auf klassische installation 32 bit könnte ich machen ich mache aber 64 bit klickt dann auf direct link und kann dann entsprechend auch sagen okay ich möchte das ganze gerne installieren habe ich in meinem fall beziehungsweise herunterladen habe ich in meinem fall schon gemacht und so sieht das ganze dann hier in der virtuellen maschine aus da ist das ganze übrigens standardmäßig natürlich auf richtig auf englisch da müsst ihr einfach auf f2 oder runter drücken und dann auf deutsch und dann klicken wir auf magia 9 installieren ihr habt oben auch gesehen dass es mir angezeigt wird dass es eine 64 bit version tatsächlich ist das ist eine distribution die natürlich sehr sehr lange schon bestand hat also maga ja so jetzt nicht aber man drüber der quasi auf dem das ganze aufbaut hat doch eine sehr sehr lange tradition und warum zeige ich euch das heute weil es auch weil man auch neben ubuntu und linux mint auch vielleicht mal andere distributionen testen kann und die haben auch ein ziemlich gutes kontrollzentrum was auch eigens entwickelt wurde aber natürlich vom antriever ab stammt jetzt sind wir hier im installations assistenten können die sprache auswählen deutsch hat er natürlich schon ausgewählt wir können hier aber noch viel viel mehr sprachen auswählen wir können hier sogar per checkbox mehrere sprachen installieren gleichzeitig ich bleibe aber bei deutsch das reicht mir hier akzeptiere ich noch die lizenzbedingungen die mache ich das mache ich natürlich gerne klicke ich auf weiter dazu dass ich jede festplatten controller treiber herunterladen jetzt tastatur layout ist natürlich deutsch hier könnte ich noch mehr auswählen aber deutsch reicht mir vollkommen freier festplatten platz hier reicht mir auch wunderbar klick auf weiter dann sagt er folgende medien wurden gefunden und werden während der installation verwendet core release und non free release installer ja das kann er machen deswegen ich lasse das hier jetzt mal so wie es ist klicke auf weiter dann kann ich hier eben das ganze auswählen ich sage beide sind gut ich sage weiter und jetzt kann ich auswählen was will ich will ich platz mal will ich gnome oder will ich was an will ich was benutzerdefiniertes ich klicke auf benutzerdefiniert weil dann kann man sich tatsächlich wenn ich hier auf die grafische umgebung gehe auch verschiedene desktop umgebungen zusammen klicken das geht auch tatsächlich wir können sogar hier sagen okay wir möchten eine andere grafische oberfläche klicke ich mal auf weiter so hier kann ich natürlich jetzt verschiedene benutzer grafische benutzeroberflächen auswählen plasma mal standardmäßig angewählt ich kann aber auch hier für server geschichten sagen was ich noch gerne mit installiert hätte genauso wie arbeitsplatz rechner da kann ich auch gewisse sachen sagen was sollte mit installiert werden der büroarbeitsplatz da wird halt werden als sachen mit installiert die für office benutzt office sachen benutzt gebraucht werden oder spielstationen da wird vielleicht rein mit installiert oder play und linux oder so ich persönlich muss ganz ehrlich sagen ich mach den desktop tatsächlich ich mache einen mate desktop tatsächlich weil ich einfach mal was anderes ausprobieren möchte und wahrscheinlich die meisten meiner kollegen haben wahrscheinlich genommen oder plasma genommen und heute nehme ich mal mate deswegen klicke ich hier auf weiter und ihr seht jetzt wird das ganze hier installiert das dauert natürlich einmal einen kleinen moment die installation ist soweit abgeschlossen was ich cool finde ist dass ich jetzt ein passwort vergeben kann was ich natürlich auch tue das männchen lasse ich so wie es ist hier gebe ich wie immer meinen benutzernamen an linux windows mac hilfe und das super sichere passwort ich könnte hier auch noch fortgeschrittene optionen machen kann man machen muss man aber nicht ich klicke auf weiter und wir sehen auch bei der konfiguration tatsächlich hier was er jetzt macht die installation hier zum beispiel ist jetzt so gut wie abgeschlossen und jetzt tut er das ganze initialisieren ein wenig geduld das kann einige zeit dauern haben wir natürlich wir haben den benutzer angelegt dann kriegen wir eine zusammenfassung genau jetzt sagt er welcher monitor plug and play das ist für mich in ordnung und das finde ich eben das schöne hier haben wir noch mal eine zusammenfassung das passt für mich soweit ich kann aber auch natürlich hier noch mal auf die einzelnen sachen eingehen wenn ich das denn möchte klicke auf weiter jetzt seht ihr hier wird der bootloader installiert jetzt sagt ihr sie haben die möglichkeit online medien einzurichten dies erlaubt ihnen sie seit aktualisierung zu installieren das kann man machen ich sage nein weil ich mit euch zusammen die updates einspielen möchte im grundlagen video damit ihr auch mal gesehen habt wie das geht jetzt klicke ich auf neu starben da bin ich jetzt mal gespannt ob das ganze funktioniert oder ob er jetzt gleich die biege macht oder ob er sagt du darfst nicht aber bis jetzt sieht das alles wunderbar aus und wir haben hier magaya wir können auch die erweiterten optionen auswählen können in natürlich in den recovery modus also sicherheitsmodus wieder herstellungsmodus oder in den normalen modus ich sage beides nicht ich will hier oben auf den normalen modus klicke drauf und bin ich mal gespannt jetzt haben wir hier zumindest schon mal die boot animation mich wieder mal interessiert ob die bei euch flüssiger läuft weil manchmal sind ihr wisst ja grafiken in der virtuellen maschine immer so ja ich sag mal immer so ein leicht heikles thema jetzt können wir hier unsere benutzer namen beziehungsweise unser passwort eingeben und wir sind drin in magaya system wunderbar hat wunderbar funktioniert so das das war's dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss